So Leute, herzlich willkommen zurück bei Lucky and Spawned und Lucky and Stone, denn dieses Video wird auch wieder auf beiden Channeln hochgeladen werden. Ich bin natürlich euer Bombay und dieses Video wird auch nur ganz, ganz kurz werden, Leute. Und zwar hat es in Vergangenheit immer wieder Leute von euch gegeben, also Viewer gegeben, die auf mich zukommen, sei es jetzt, weiß ich nicht, über eine private Nachricht im Discord oder eben auch in den Kommentaren und die haben mich gefragt, wie die mich denn supporten können. Mittlerweile gibt es da ja die Möglichkeit über Twitch und zwar jeden Sonntagabend ab 18 Uhr ungefähr, also ist geplant meinerseits, dass ich streame, das fällt hin und wieder auch mal wieder raus. Aber darüber kann man natürlich donaten dann, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, Leute. Ich bin für jede Form von Unterstützung oder Support wirklich sehr, sehr dankbar. Allein schon, wenn ihr meine Videos klickt, aber wenn ihr natürlich donaten wollt, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ich finde nur Donaten immer so ein bisschen unpersönlich. Das fühlt sich für mich so ein bisschen so an, wie wenn ich meiner Freundin irgendwie zum Geburtstag und Fuffi so zustecke oder so, so ein bisschen unpersönlich, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall möchte ich hinsichtlich des Supportes mir gegenüber eine neue Möglichkeit präsentieren, beziehungsweise neu ist die Möglichkeit eigentlich nicht. Die hat es schon immer gegeben, nur ich möchte die ein bisschen hervorheben, Leute. Und zwar jeder von euch kennt Amazon. Und zwar kooperiere ich eben mit Amazon in dem Sinne zusammen, dass ich Affiliate-Links anbiete. Das heißt, auch unter dem Video werdet ihr einige Links sehen von irgendwelcher Ausrüstung, zum Beispiel von der Kamera, die ich benutze. Also wenn ihr auf diese Links klickt, kommt ihr sofort auf die Produktseite bei Amazon. Und wenn ihr den Artikel dann dort kauft, werde ich ein Stück weit beteiligt, Leute. Also kriege ich eine kleine Provision, natürlich ohne, dass ihr dafür mehr zahlen müsst. Das ist nämlich das, was ganz, ganz wichtig für mich ist, Leute. Ohne, dass ihr irgendwie Mehrkosten dadurch habt. Und ich möchte diese Möglichkeit im Zuge dieses Videos jetzt einmal richtig schön hervorheben, Leute. Und euch dann eben auch die Möglichkeit bieten, mich gesondert zu supporten, sage ich mal, ohne, dass ihr dafür irgendwelche Mehrkosten habt, Leute. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und zwar habe ich extra folgende E-Mail-Adresse eingerichtet, Leute. Und zwar amazon.las-records.com, Freunde. Das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr, wenn ihr mich supporten möchtet, in Zukunft gerne immer mal wieder irgendwelche Amazon-Links oder irgendwelche Links von irgendwelchen Produkten auf Amazon schicken könnt, ja. Worauf ich hin auf diese E-Mail antworten werde mit meinem Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie einen Einkauf plant bei Amazon, sei das jetzt ein 10-Euro-Artikel oder ein 10.000-Euro-Artikel, Leute, ist völlig egal. Wenn ihr eben plant, irgendwie einen Artikel bei Amazon zu kaufen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dann mal daran denkt, mir den Link eben über diese E-Mail-Adresse amazon.las-records.com zu schicken. Und ich werde aller spätestens jeden Abend mich hinsetzen, dieses Postfach checken und die E-Mails alle mit dem passenden Affiliate-Link beantworten, Leute. Wenn es mir möglich ist, natürlich auch sehr, sehr zeitnah, damit ihr so schnell wie möglich den Artikel eben bestellen könnt. Manchmal geht es ja eben auch darum, dass der Artikel dann auch am nächsten Tag kommt. Aber aller spätestens am Abend, Leute. Dafür wäre ich euch erstens richtig, richtig dankbar, Leute. Genauso wie jede andere Form von Support, wie gesagt. Aber für mich ist Amazon Affiliate wirklich so das Angenehmste, weil ich weiß einfach, ihr müsst da nicht irgendwie mehr für ausgeben oder so. Also das Geld geht quasi nicht aus eurer Tasche irgendwie in meine Tasche oder so. Da komme ich mir immer so ein bisschen unwohl bei vor. Ihr habt keinerlei Mehrkosten. Ihr zahlt nur für den Artikel und ich kriege von Amazon eine kleine Provision. Also wenn ihr in Zukunft mal auf Amazon irgendwas vorab zu kaufen und ihr denkt in dem Moment dann an den sweeten Boy Bombay, dann schickt doch bitte erst den Amazon-Link von dem Artikel, den Direktlink zu diesem Artikel einfach an die E-Mail-Adresse amazon.les-records.com. Wie gesagt, spätestens jeden Abend werde ich hingehen und dieses Postfach beantworten mit den entsprechenden Affiliate-Links. Könnt da drauf ganz normal und gewohnt euren Artikel kaufen und ich kriege eine kleine Provision dafür, ohne dass ihr dafür mehr zahlen müsst, Leute. Wie gesagt, sagt es von mir aus euren Freunden, sagt es eurer ganzen Familie oder so. Also amazon.les-records.com. Schickt in Zukunft gerne eure Amazon-Links oder beziehungsweise die Links von den Produkten, die ihr vorhabt bei Amazon zu bestellen. An diese E-Mail-Adresse. Ich werde da hingehen und euch den Affiliate-Link darauf antworten, Leute. Ich bedanke mich im Voraus und wie gesagt, ganz kurzes Video, Freunde. Ich hoffe, dass einige von euch die Möglichkeit nutzen und bedanke mich für jegliche Form von Support, ob das jetzt über Affiliate ist, ob das jetzt, ihr habt nur einmal mein Video geklickt ist oder so, ist mir völlig egal. Aber ich bedanke mich wirklich für alles, was ihr mir entgegenkommen lasst, Freunde. Haut rein, ich bin wieder raus. Outro